Uhuhuhu, der war Geil, gell? Wo seid ihr? Ich bin schon in der Riverbank. Ich auch. Hey, wieder nichts erwarten. Das sind meine Zombie-Dudes! Lausige Off. Ja wirklich, was sind das für hässliche Affen? Flo hat hier ein bisschen wenig zu tun. Kommt schon auf. Man kennt das ja von Diablo. Am Anfang denkst du so, man bin ich über Power. Dann denkst du so, man ist das scheiße. Ein Goldener. Nein, der hat sie mir geklaut, der hat sie mir geklaut. Da, nimm sie. Vielen Dank. Life Recovery. Alter. Obwohl, die kannst du ja, du brauchst die Minions wieder heilen. Wer denn, wo denn? Warten, hier so oder da so. Dann nimmst du die so. Ah, cool. Naja, wenn's hier echt dann auch oben durchst, proximlich nach unten. Ah, keine Ahnung. Nee, ich glaub ich geh nicht im Kreis. Eben deswegen geh ich nach unten. Finde ich weg. Box. Box nicht weg. Was? Box, Box, Box nicht weg. Flo boxt alles um, yo. Entscheide dich doch auf dem halben Weg um und mach so zweihändigen Fistkämpfer oder so. Wieso? Because, so halt. Weil's in dem Spiel verdammt viel Spaß macht, dich zu verskillen. Oh ja. Ey, mein gut. Ich hab jetzt mittlerweile schon vier Möglichkeiten, meine Skills zurückzusetzen. Zumindest vier Punkte. Ditto. Ist doch was Schönes. Ich hab' mir. Absatz, ne? Südlich. Wir sind ein paar Gegner. Also geh' ich davon aus. Hab' den Weg gefunden. Ist das auch der Richtige? Ja, hab' den Ausgang gefunden. Ich folge den Leichen. Wo bist du langgegangen? Es sind überall noch Gegner. Einfach nach unten. Folg den Leichen. Ja, das würde ich, wenn welche da wären, aber die leben alle noch. Nö, sobald du da gewesen bist, wo ich bin, da findest du eine Spur aus Leichen und da bin ich langgelaufen. Ich sag' dir, sobald ich die sieg auf... Ich sieg, ich sieg irgendwen auf der Map. Nach links, nach links, nach links. Jetzt bin ich. Links, genau. Ah ja, jetzt seh' ich dich. Und jetzt schräg nach oben. Links, schräg links oben. Nur ein Stück höher, dem Flussbank und über die Brücken da drüber. Ah, das bin ich, okay. Und jetzt einfach geradeaus, dann bist du bei mir. Ah ja, ich seh' dich. Hier waren trotzdem Gegner. Hier seh' ich die Leichen, okay, das macht Sinn. Hä? Find a way onto the wall reeds. Reeds. Aha. Okay, hab mich getäuscht. Ist doch nicht derselbe Weg, ist doch nicht das Ding, oder? Na, ich darf. Wollen wir da Ausrufe zeichnen und so. Hey, Goldi. Oh, Jungs, Goldi. Ja, das ist ne, das ist ne, äh, das ist ne... Quest, dass wir da reingehen. Müssen wir aber erst mal den Weg da rein finden. Jungs, Goldi. Ja, haaa. Bipipipi, dididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ich weiß auch nicht ich meine jetzt könnte man theoretisch wieder weiter gehen oder gucken wie wir diese in diese ruinen da reinkommen als erhalte Kerstoffer bitte der Mikrofon starten sie ist da die Schmerz für nix aus in aber ich glaube ich war so dass man da nicht du glaubst du weißt dass wir richtig sind in dem Satz stimmt irgendwas nicht ja ja wenn der ranger dir sagt geh da lang dann gehst du da lang na gut dann lauf in deinem Verdammt what the fuck Flo ist absolut unterfordert hast du die Augen so ne Art rundum hau oder so Flo ja warum nimm mich her haa dick gesunden siehst du wenn ranger sagt geh da lang weil der schlecht ist du musst leveln das ist der Sinn an den Skills das ist die drummuh umhaut das ist 100h 80 Grad der Bleck gut Satür? da fuck da hat Satür ahja und jetzt müssen wir dann eins runter ok 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 da hat Satür was hat da? Satür was ist damit? die laufen hier rum kam mir einer entgegen hab ich umgehauen cool wow fuck geile Sache mit Kindern hehehe Kinder hehehe de Blackwoods de Blackwoods da sind wir zum Schwarzwald hehehehe lustig level up so und noch ne Accuracy wow hier ist aber schick sieht aus wie ein Schwarzwald nur dass kein Baum auch nur einen Ast hat hey Waypoint 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 oh Waypoint ich aufmerksamer Junge ich gut gemacht ja und weißt du was noch ziemlich aufmerksam ist? aha ein Cut machen